Hallo, hier ist David McRae und ich erkläre euch heute den Begriff Transition. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von Transition. Es gibt einmal die Transition Offense, das ist der Übergang von der Verteidigung in die Offensive. Und natürlich gibt es dann auch natürlich die Transition Defense, das ist der Übergang von der Offensive in die Verteidigung. Vielen Dank.